Heute geht es darum, wieso die klassische Zielvereinbarung meiner Meinung nach ausgedient hat und die Mitarbeiterbeteiligung eine gute Alternative sein könnte. Viel Spaß! Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performancesteigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Wendler Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Davicon CFO Insights und heute mit dem Thema Mitarbeiterbeteiligung und zwar Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Ein Thema, das ich als CFO als eines der spannendsten im Moment empfinde, weil es sehr viele Inhalte vereint, die man so als CFO auch hat. Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Mitarbeitermotivation und ich weiß von diesem Thema, dass es auch viele Unternehmenseigentümer umtreibt, weil natürlich heute die Frage ist, wie kann ich Mitarbeiter gewinnen? Wie kann ich Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen binden? Und eigentlich weiß ich auch so das, was ich die letzten 10 bis 30 Jahre gemacht habe mit Zielvereinbarungen und anderen Versuchen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Und in diesem Zuge möchte ich gerne eine kleine Serie starten und heute mal darauf eingehen, warum ich persönlich der Meinung bin, dass die Zielvereinbarung ein bisschen ausgedient hat. Um da ganz konkret zu werden, einige werden es ja wissen, ich war lange Jahre lang CFO in einer großen IT-Beratung mit mehr als 500 Mitarbeitern. Das sind alles Kopfarbeiter gewesen. Das sind Menschen gewesen, die kreativ arbeiten müssen, die Code entwickeln. Und wir hatten im Grunde genommen zwei Modelle zur Inzentivierung dieser Mitarbeiter und beide haben nicht so richtig gut funktioniert. Das erste Modell, das war sowas wie ein variabler Gehaltsbestandteil. Das heißt, schrubbe ich eine Menge Stunden, bin ich viel im Projekteinsatz, der auch bezahlt wird. Dann erreiche ich irgendwann so eine magische Grenze und dann kassiere ich für jede Stunde, die ich leiste, Betrag X. Klingt erstmal ganz gut, hatte allerdings ein paar Nachteile. Erster Nachteil war, das sieht zwar gut aus, wenn ich im Projekteinsatz bin, aber was ist passiert, wenn ich mal krank wurde, wenn ich vielleicht eine Elternzeit genommen habe, wenn ich einen längerfristigen Urlaub hatte? Dann fiel diese Formel negativ aus und das, was ich mir da ausgerechnet hatte, obwohl ich in 100% Auslastung war, kam am Ende nicht dabei raus und führte damit zu Unzufriedenheit. Das zweite war die klassische Zielvereinbarung. Das heißt, ich habe am Jahresanfang mit dem Mitarbeiter Ziele vereinbart und wenn er die am Jahresende alle auf grün gesetzt hatte, dann gab es Geld. Das Problem da war, wir sind natürlich in der IT in einem sehr agilen Umfeld und wenn man sich vorstellt, vielleicht auch mal einen Kunden zu verlieren, der 60, 70, vielleicht auch 80% Umsatz macht und ich habe ein Ziel vereinbart mit einem Teammanager, dass er dieses Jahr 5 bis 10 Leute einstellen soll, dann ist dieses Ziel eigentlich von heute auf morgen Makulatur und es macht einfach gar keinen Sinn, daran länger festzuhalten. Und dann sind zwei Dinge passiert. Entweder war ich kommunikationsschwach, habe nie mit dem Teammanager darüber geredet und habe vielleicht gar nicht mitbekommen, dass er trotzdem Leute einstellt, was natürlich einen Schaden für das Unternehmen bedeutet. Oder aber ich habe einen Recruiting-Stop verhängt, das war eher die Regel, hatte dann aber ja dem Teammanager damit seine Chance genommen, seine Zielvereinbarung noch zu erreichen. Auch da kann man sich vorstellen, da schreit niemand Hurra. Und ein weiterer Nachteil, der vielen Zielsystemen anhaftet, ist, dass oftmals eine zeitliche Beschränkung drin ist. Das ist in der Regel ein Jahr, manchmal auch ein Quartal und damit nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus meiner Unternehmenslebenszeit, weil eigentlich will ich als Unternehmen ja langfristig inzentivieren und hier inzentiviere ich oftmals auch nicht immer im Sinne des Unternehmens kurzfristig. Und da habe ich auch gleich mal ein konkretes Beispiel. Und zwar haben wir es oft gesehen in anderen Unternehmen, wenn wir so die Jahresabschlussprüfung gemacht haben, dass es so etwas gab wie so letzte Minutenverkäufe, nämlich mit hohen Rabatten noch schnell was raushauen, um die Umsatzziele zu erreichen. Manchmal wurde auch nur Ware einfach rausgeschickt, um ja dann auf dem Papier seine Umsatzziele zu erreichen als Vertriebler. Und das kam dann irgendwann am 7.8. Januar Postwenden zurück und ist manchmal in den Zielvereinbarungssystemen gar nicht aufgetaucht. Das leuchtet jedem ein, das ist nicht wirklich im Sinne des Unternehmens, das ist höchstens im Sinne desjenigen, der dann da seine Inzentivierung, seine Zielvereinbarung getunt hat. Und aus diesem Problem ist für mich die Frage entstanden, ob es nicht irgendwas Besseres geben könnte und ob das nicht vielleicht die Kapitalbeteiligung am Unternehmen ist. Und das wollen wir uns in dieser Serie einmal ein bisschen genauer angucken. Die Idee, die mich damals, also in diesen permanenten Überlegungen, wie können wir unsere Zielvereinbarungen besser machen, bestärkt hat, dass es vielleicht eine Mitarbeiterbeteiligung sein könnte, außerhalb der gängigen wie Umsatzbeteiligung oder vielleicht Mitarbeiterdarlehen, war, dass ich gelesen hatte, dass die T-Mobile USA, noch vor dem Merger von Sprint, all ihren Kunden eine Aktie des Unternehmens zugeteilt hat. Das waren damals so 30, 40 US-Dollar, also ungefähr ein Monatsbeitrag, der Mobilfunkrechnung entspricht, also wirklich nicht weiter ins Gewicht fällt. Und ich im Nachgang gesehen habe, oder anders am Anfang gedacht, das ist ja extrem smart. Ich mache meine Kunden hier plötzlich zum Eigentümer oder Miteigentümer des Unternehmens und stelle damit eine Bindung her, wovon ich ausgehe, dass ich dann als Kunde gar nicht mehr so schnell bereit bin, meinen Mobilfunkprovider zu wechseln, weil ich ja irgendwo Teil des Ganzen bin und mich selber bestrafen würde. Und wer sich die Aktienentwicklung anschaut, der wird feststellen, also in dieser Zeit, wie gesagt, noch vor dem Merger mit Sprint, ist die Aktie um gute 300% gestiegen. Und das hat mich auf die Überlegung gebracht, ob das diese Bindungswirkung, die da erzeugt wurde oder scheinbar erzeugt wurde, ob sich die nicht auch auf das Unternehmen adaptieren lässt, weil Mitarbeiter ja einen Großteil ihres Arbeitslebens im Unternehmen verbringen, so schon eine viel größere Bindung haben und wenn sie dann auch noch am Erfolg des Unternehmens partizipieren, das doch eigentlich ein guter Multiplikator sein könnte. Dann habe ich mich versucht, in das Thema mal reinzuarbeiten und habe festgestellt, ja, es gibt schon einige Studien, die belegen, dass die Motivation oder der Unternehmenserfolg auch maßgeblich beeinflusst werden kann durch Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Diese Studien sind leider zum größten Teil aus dem angloamerikanischen Bereich, weil natürlich dort es viel üblicher ist, eine amerikanische Aktiengesellschaft zu gründen und dann auch relativ zügig Mitarbeiter zu inzentivieren und auch viel eher einen Börsengang zu machen, damit einen Markt zu schaffen, als das in Deutschland im Moment üblich ist, weil bei uns herrscht zu 95 Prozent die GmbH vor und da habe ich genau diese Möglichkeiten nicht. Trotzdem gibt es auch in Deutschland Studien dazu und eine der größten Studien kommt von der Siemens AG in Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen, die genau diese Motivation der Belegschaftsaktien mal abgefragt hat. Und ja, die Siemens AG betreibt schon seit dem Jahr 1968 die Ausgabe von Belegschaftsaktien und hat so um die 300.000 Belegschaftsaktionäre. Und bei dieser Studie ist meiner Meinung nach was ganz Erstaunliches rausgekommen, nämlich dass die Mitarbeiter, die Belegschaftsaktionäre sind, sich viel mehr über das Unternehmen informieren, weil natürlich jede Information auch eine finanzielle Auswirkung auf das eigene Vermögen haben kann, auf den eigenen Aktienkurs und damit auch solche Dinge wie Geschäftsberichte oder Meldungen im Intranet oder E-Mails, die die Geschäftsführung und Geschäftsleitung versendet, viel mehr würdigt als die Mitarbeiter, die nicht über eine Mitarbeiterbeteiligung oder eine Belegschaftsaktie beteiligt sind. Und das ist doch eigentlich das, was ich als Unternehmensinhaber erreichen möchte, dass meine Mitarbeiter über den Tellerrand hinausschauen, sich das große Ganze ansehen und dann vielleicht auch ihr eigenes Wirken als kleines Zahnrädchen im ganzen großen Getriebe bewusst werden und im Sinne des gesamten Unternehmens handeln. Also auch nicht nur im Sinne meines Silos, im Sinne meiner Abteilung, sondern wirklich mit dem Blick fürs große Ganze und vielleicht sogar ein bisschen der Unternehmer im Unternehmen zu werden. Und seien wir ehrlich, das ist doch eigentlich das, was wir als Unternehmensinhaber uns wirklich für unsere Mitarbeiter wünschen. Aber neben diesen psychologischen Komponenten, die ganz wichtig sind, gibt es auch noch zwei ganz rationale Gründe, warum man sich das Themas Mitarbeiterkapitalbeteiligung einmal anschauen sollte. Und das Erste ist, wir lesen es tagtäglich in der Zeitung. Ja, wir befinden uns im Krieg um Talente, War for Talents. Und es ist unheimlich schwierig, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und ja, an der Stelle machen uns viele Startups vor, wie es funktionieren kann, weil in den Startups ist es oftmals schon, trotz niedriger Gehälter, üblich eine Inzentivierung über virtuelle meistens Beteiligungen zu geben. So, da sind wir auch schon bei Punkt 2, nämlich die Liquidität, weil natürlich kann ich Mitarbeiter günstiger einkaufen, wenn ich einen Teil des Gehaltes nicht als Fixum auszahle, sondern als Option für die Zukunft oder als Beteiligung am Unternehmenserfolg, der dann erst eintritt, wenn vielleicht auch ein Exit, ein Unternehmensverkauf stattfindet oder eine Ausschüttung im Unternehmen erfolgt. Und das ist so der zweite große Grund, warum man sich mit diesem Thema aber beschäftigen sollte. So, damit kommen wir zum Ende dieser Folge und die nächsten Folgen werden etwas handfester. Ich werde euch dann mal erklären, was es mit der direkten und indirekten Beteiligung auf sich hat, was es da für Möglichkeiten heute schon gibt. Und in Teil 3 würde ich euch dann mal Optionsmodelle und virtuelle Beteiligungsmodelle vorstellen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Lasst gerne eine Bewertung da oder schreibt einen Kommentar, wenn euch irgendwas fehlt oder einfach nur weitere Fragen habt. Bis zur nächsten Folge könnt ihr natürlich auch wie immer unter www.davicon.de mal ein bisschen schauen, was es zum Thema Mitarbeiterbeteiligung an Blogartikeln gibt. Oder wenn euch das Thema konkret interessiert und ihr auch die Entscheidung schon getroffen habt, das bei euch im Unternehmen umzusetzen, dann könnt ihr auch gerne einen Termin mit mir vereinbaren und unsere Leistung euch mal anschauen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.